Weihnachtsmann ein Kagummi-Automaten eine Playstation und ich wünsch mir endlich mein Samurai-Schwert aus Japan Ein Samurai-Schwert? Das hab ich dir letztes Jahr schon geschrieben im Brief und weißt du was Weihnachtsmann ehrlich gesagt ich hab mich ein bisschen verarscht gefühlt wie du mir unter dem Baum dieses scheiß Scheidl da hergelegt hast Oh Scheiß, ist das ein Messer? Richtig das ist ein Messer kein Schwert nicht Jetzt frag ich mich natürlich ist das so schwer für dich zu verstehen was der Unterschied ist zwischen einem Schwert und einem Kindermesser Ja, sorry Hast du dir eingekracht mit dem Grießkindl der Finger weg vom Weihrauch sag ich nur Ja, also das tut mir ja leid Das ist nix angekommen von dem was ich letztes Jahr bestellt hab bei euch Mir kommt bald vor Jetzt mal, wenn's hier aufgereizt ist weniger da als davor Sag mal, du riechst nach Alkohol Was? Hast du was getrunken? Wie alt bist du eigentlich? Ich? Ich bin eine Ja Und was ich in meiner Freizeit mach das geht dir ein scheiß Träger und du Giftler Ist ja gut Aber schau, ich bin da nicht best Du, ich weiß jetzt wie es funktioniert Ja Ich hab viel geschnitzt das Jahr Viel Holz geschnitzt Aber eins sag ich dir Weihnachtsmann Wo und das Jahr nicht ein echtes Samuraischwert unter dem Baum liegt Ja, dann schnitz ich was anderes Hast du mich? Okay, verstanden Ich weiß nämlich wo du wohnst Geh Weihnachtsmann Das mach mir schon Ja klar Ich besorg dir dein Samuraischwert Versprochen Juhu Ja, jetzt freu ich mich Uhr auf Weihnachten Jupp Also dann Machs gut lieber Weihnachtsmann Ja Machs gut Scheiße